Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine Jenseitsbotschaft für euch. Jenseitsbotschaften für jeden Tag, was möchte dir ein Verstorbener mitteilen? Du wirst spüren, von wem diese Nachricht ist. Falls du einen ausführlichen Jenseitskontakt bei mir buchen möchtest, ich hätte für diese und nächste Woche noch freie Termine, also schreib mir doch gerne eine Nachricht über das Kontaktformular auf meiner Homepage. Eure Jenseitsbotschaft ist, für uns beiden ist alles gut, so wie es ist. Vertraue dich dem Fluss deines Lebens an und du wirst über Wellen getragen. Und gefährliche Klippen werden im Schiff. Nimm dein Leben so an, wie es gerade ist. Löse dich von allen Erwartungen. Vertraue deiner Seele. Sie ist dein sicherer Schiff im Fluss des Lebens. Ich glaube, so kann man es lesen, auch wenn es spiegelverkehrt ist. Ich hoffe, dir hat diese Jenseitsbotschaft gefallen. Wenn du gerne einen ausführlichen Jenseitskontakt gerne hättest, schreibe mir doch eine private Nachricht. Alles Liebe, euer Michael.